In meinem heutigen Beitrag gebe ich dir einen Einblick in die Depots meiner Kinder und meiner Strategie und zeige dir damit, wie du die finanzielle Zukunft deines Nachwuchses sichern kannst. Ja, wie einige von euch sicherlich mitbekommen haben, bin ich vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden und natürlich habe ich auch hier schon mit der Geldanlage begonnen, denn wie ihr euch sicherlich denken könnt, überlasse ich hier wenig dem Zufall und habe für mich ein System gefunden, was bereits seit neun Jahren bei meinem Sohn im Einsatz ist und welches ich nun bei meiner Tochter in abgewandelter Form ebenfalls nutzen werde. Zunächst einmal ganz generell, Kinder haben einen unglaublich langen Anlagezeitraum und dieser sollte voll ausgenutzt werden. Minimal könnt ihr mit 18 Jahren rechnen, aber es können auch gut und gerne 25 oder mehr werden. Die Geldanlage für Kinder und der Aufbau eines Investmentportfolios kann somit einen essentiellen Unterschied in deren Zukunftsplanung machen bis hin zur finanziellen Absicherung für mehrere Jahre oder sogar das ganze Leben. Für jeden Vater, für jede Mutter sollte dieses Thema also entsprechende Priorität haben. Das Geld kann natürlich moderat risikoreich angelegt werden, aber man sollte wissen, was man tut und es darf in keinem Fall zu einem Totalverlust durch irgendwelche gefährlichen Spekulationen kommen. Spielt bitte nicht mit der Zukunft eurer Kinder für ein paar Prozent mehr Rendite, die ihr denkt dadurch zu bekommen. Lasst das Thema aber ebenso wenig aus Angst, Geldmangel oder schlichter Faulheit komplett außen vor. Zudem ist es wichtig, so früh wie möglich anzufangen, denn je früher ihr anfangt, desto einfacher ist es, ein Vermögen für sie aufzubauen. Diese Tatsache kann man gar nicht genug hervorheben und ich selbst hätte hierbei um ein Haar versagt. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Im Folgenden zeige ich euch einige Strategien auf, wie ein Portfolioaufbau aussehen könnte. Alle Punkte versuche ich exakt so in der Praxis umzusetzen. Die bisherigen Ergebnisse davon seht und hört ihr dann später. Kommen wir zunächst zur Ansparphase. Meine persönlich definierte Ansparphase bei der Geldanlage für Kinder sind vorerst 18 Jahre, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass es durchaus länger sein kann. Aber nach 18 Jahren sollten alle Schäfchen im Trockenen sein bzw. eine solide Grundlage für das weitere Leben vorhanden sein, wie auch immer das dann aussehen mag. Ich selbst nutze hierfür monatliche Sparpläne und einen Betrag, der zu meinen Zielen passt. Diesen müsst ihr natürlich für euch selbst finden und er muss natürlich auch zu euren Finanzen passen. In meinen Augen sollten es aber keinesfalls weniger als 50 Euro im Monat sein. Es klingt nicht nach viel, aber diese 50 Euro können das Leben eurer Kinder nach der Schulzeit erheblich beeinflussen, wie eine einfache Zinsrechnung bei der marktüblichen Rendite von 7% zeigt. Diese 50 Euro könnt ihr beispielsweise einfach vom Kindergeld abziehen, welches in den letzten Jahren stetig erhöht wurde. Es sollte damit im Grunde überhaupt gar kein Problem darstellen. Auf meinem Blog findet ihr ein Beispiel, wie eine Ansparphase aussehen kann. 50 Euro im Monat ergeben im Jahr 600 Euro, womit ihr nach 18 Jahren auf eine Einzahlungssumme von rund 11.000 Euro kommt, aber das Guthaben bei marktüblicher Verzinsung bei ca. 21.000 Euro stehen wird. Damit lässt sich doch schon mal ganz gut arbeiten. Dann kommen wir zu meiner zweiten Strategie, das Taschengeld mit dem Investment kombinieren. Denn neben der generellen Ansparphase habe ich für meinen Sohn ein Taschengeldsystem konzipiert, welches ihm praktisch zeigt, wie er später seine Finanzen planen sollte. Das Ganze läuft wie folgt. Seit der ersten Klasse bekommt er Taschengeld. 1 Euro pro Schuljahr pro Woche. Dies wird von mir nochmals verdoppelt. Er soll aber 50% von seinem Einkommen sparen. Zwei Beispiele dazu. Erstes Beispiel. Erste Klasse. 4 Euro pro Monat mal 2 gleich 8 Euro. Und 4 Euro davon werden direkt gespart. Beispiel Nummer 2. Sechste Klasse. 24 Euro pro Monat mal 2 gleich 48 Euro. Und davon werden wiederum 24 Euro sofort gespart. Ab dem Schuleintritt erhöht sich somit die Sparrate Jahr für Jahr und eure Kinder lernen, einen Teil ihres Einkommens zu sparen. Natürlich müsst ihr ihnen das erklären. Und es sollte auch frühzeitig ein Girokonto angelegt werden. Aber mit diesem kleinen Trick erhöht ihr das Endkapital nochmals um 5.000 Euro bei der gleichen, wie eben schon genutzten, konservativen Portfolioentwicklung. Auf meinem Blog findet ihr dazu wieder die entsprechende Tabelle. Hier seht ihr, dass ihr bis zum Schuleintritt die 600 Euro pro Jahr habt, die wir eben auch schon hatten. Aber ab dann steigert es sich um 48 Euro pro Jahr, bis wir am 18. Lebensjahr bei über 1.100 Euro angekommen sind. Und auch das Geld könnt ihr prinzipiell vom Kindergeld nehmen, ohne dass es groß auffällt. Denn das Taschengeld beginnt erst mit dem 7. Lebensjahr und dann investiert ihr auch nur 4 Euro mehr pro Monat. Zum Vergleich, in den letzten 7 Jahren ist das Kindergeld gleichzeitig um 58 Euro pro Monat gestiegen. Wir können also auch in Zukunft von weiteren Steigerungen ausgehen. Dann kommen wir zu meiner dritten Strategie, dem Miteinbeziehen der Verwandtschaft und Geschenken. Denn in der Regel haben Kinder auch Großeltern, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen etc. Diese können animiert werden, ebenfalls mitzusparen. Das muss gar nicht viel sein, 5 bis 10 Euro im Monat, die reichen vollkommen. An der Stelle macht es die Masse und der Sparbetrag erhöht sich weiter. Im Laufe ihres Lebens bekommen Kinder zudem extrem viel Müll geschenkt. Versucht das zu verhindern und bitte lieber um Geldgeschenke. Diese könnt ihr ebenfalls euren Sparplänen zuführen. Und auch das kann ein enormer Hebel sein, der vielleicht noch größer ist als der reguläre Sparplan. Je nachdem, wie konsequent ihr hier als Eltern seid und wie viel Verwandtschaft ihr besitzt. Kommen wir zurück zur Tabelle auf dem Block. Das Ganze ist natürlich schwer einzurechnen, aber lasst uns die Hälfte eurer Mindestsparrate festsetzen. Also 300 Euro pro Jahr oder 25 Euro pro Monat. Aus meiner Erfahrung heraus ist hier deutlich mehr drin, aber wir wollen ja mal ganz konservativ bleiben. Und mit dieser weiteren Änderung habt ihr am Ende 37.000 Euro im Minimalfall im Portfolio. Damit sollte man doch erstmal ganz gut ins Leben starten können, oder? Und oft ist mit 18 natürlich noch nicht Schluss. Selbst wenn ihr diesen Bestand nicht weiter bespart, sollten daraus beispielsweise bis 25 bei marktüblicher Verzinsung rund 60.000 Euro werden. Von hier aus könnt ihr selbst berechnen, was noch möglich ist und eure Gedankenspiele treiben. Kommen wir nun von der Theorie zur Praxis. Zuallererst wird sich die Frage bei der Geldanlage für Kinder stellen, wo denn gespart wird. Und generell habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr legt für eure Kinder ein eigenes Depot auf ihren Namen an. Oder zweitens, ihr spart in euren eigenen Depots das Geld an. Es gibt hier, glaube ich, kein richtig oder falsch und es ist eher eine Gefühlssache. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Der für mich tragende Nachteil der ersten Variante ist einfach, dass das Vermögen mit 18 Jahren vollständig und automatisch in den Besitz eurer Kinder übergeht, ob ihr wollt oder nicht. Ich wäre mit 18 definitiv noch nicht reif dafür gewesen und ich gehe auch bei meinen Kindern nicht davon aus. Finanziell nicht erfahrene junge Erwachsene können eure Sparleistung von zwei Jahrzehnten damit in Sekundenschnelle vernichten. Das solltet ihr ja immer im Hinterkopf behalten. Oftmals nutzen Eltern auch die erste Variante, da die Kinder dann einen Steuerfreibetrag von jetzt 2024 11.604 Euro haben. Ich habe das für mich aber so gelöst, indem ich mit meinem Vermögen jegliche anfallenden Steuern abfedern werde. Die Kinder kriegen also ihren unbegrenzten Steuerfreibetrag von mir und diese Steuern refinanziere ich problemlos über meine eigenen Kapitaleinnahmen. Dafür gibt es das Geld eben erst dann, wenn sie reif dafür sind bzw. wenn ich sie als reif dafür erachte. Ich habe persönlich sehr früh gelernt, meine Steuern zu managen, anstatt krampfhaft zu versuchen, sie überall zu sparen oder gar deswegen auszuwandern. Das kommt überhaupt nicht für mich in Frage. Das Thema interessiert mich also auch schon seit langem überhaupt nicht mehr. Hier müsst ihr für euch natürlich individuell entscheiden, wie ihr das Thema angehen wollt. Dann kommen wir zur Frage, welche Girokonten genutzt werden. Diese Frage stellt sich natürlich für mich nicht wirklich, da die Portfolios meiner Kinder in mein eigenes Scalable Depot integriert wurden. Hier kann man Gruppen anlegen und diese damit problemlos auseinanderzuhalten. In Portfolio Performance dagegen könnt ihr, wenn ihr wollt, ein getrenntes Depot anlegen, um die Performance entsprechend zu messen. Spannender ist das Girokonto, welches ich für meinen Sohn bereits mit 10 Jahren registriert habe. Ich war hier anfangs bei der Comdirect, aber das gefiel mir überhaupt ganz und gar nicht. Das ganze Konstrukt mit Fototan, zig Passwörtern und Zugangsnummern, das ist viel zu kompliziert für Kinder. Und ich habe dann einmal wegen einer simplen Frage, es ging um eine Adressänderung, als wir umgezogen sind, beim Support angerufen. Und zu meiner Überraschung wurde das Konto damals direkt gesperrt, weil nur mein Sohn hätte anrufen dürfen. Ich war dann tagelang damit beschäftigt, das Konto wieder zu entsperren und das hat mich so maßlos geärgert, weil es mich so viel Zeit gekostet hat, dass ich mir ein neues Konto gesucht habe. Seit kurzem nutze ich das Kinderkonto von Revolut, was es von 6 bis 17 Jahren gibt und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Er kann hier selbst Sparziel festlegen, ich kann ihm Herausforderungen stellen und auch automatisiert Taschengeld überweisen. Zu bedenken ist, dass beim Revolut unter 18 Account keine Überweisungen möglich sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden diese erst mit 13 Jahren freigeschaltet. Die Praxis der letzten zwei Jahre bei Comdirect hat aber gezeigt, dass Überweisungen bei Kindern auch gar nicht notwendig sind. Beide Produkte sind übrigens vollkommen kostenlos. So, damit habt ihr jetzt einige Werkzeuge an der Hand, wie ihr das Ganze für euch gestalten könnt, kommen wir nun zu den Portfolios meiner Kinder. Mein Sohn Lenny, der ist heute 12 Jahre alt. Hier hatte ich nicht den optimalsten Start. 2012, als er geboren wurde, sahen meine Finanzen noch ganz anders aus. Ich war noch fest angestellt, die finanzielle Freiheit, die war in weiter Ferne. Und zudem kam direkt ein Jahr später die Trennung von meiner Ex-Frau, was die Lage verkompliziert hat. Ich habe damals daher leider den Fehler gemacht, das Thema aufgrund dessen etwas schleifen zu lassen. Aber ihr kennt das sicher selbst, manchmal ist das Leben eben mehr als nur Theorie. So kam es auf jeden Fall, dass ich meinen Investmentplan für meinen Sohn erst 2015 gestartet habe. Plan war hier, erst eine solide Basis aufzubauen und sich später weiter zu spezialisieren. Da ich drei Jahre verpasst habe, habe ich größere Einmalzahlungen vorgenommen, um das geplante Portfolio wiederherzustellen. Und das Portfolio, was ihr jetzt auf dem Blog seht, das ist mittlerweile neun Jahre alt. Und die solide Basis bei meinem Sohn, das ist der Arero. Und der Arero ist ein recht konservativer Weltfonds mit einer Verteilung von 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffen. Diesen habe ich bis 2020 bespart und habe dann versucht, gezielt an der Rendite zu arbeiten. Um die verlorene Rendite der Vorjahre ein bisschen aufzuholen, habe ich Bitcoin und Ethereum beigemischt, die heute zusammen bereits ein Drittel seines gesamten Portfolios ausmachen. Das war nicht so geplant, es hat sich einfach so entwickelt. Der Einkaufspreis des Bitcoin für meinen Sohn, der lag bei rund 9.000 Euro und der des Ethereum bei 190 Euro. Zudem bin ich vom Arero irgendwann übergegangen zum Kauf von Einzelaktien. Dies mache ich inzwischen mit ihm zusammen, damit er versteht, was die Unternehmen machen und wieso ich sie kaufe. So bekommt er einen Bezug dazu. Beispiele sind Google, die Suchmaschine oder Biontech mit den Impfungen. Auch P2P-Kredite, die spielen eine Rolle und was wäre dafür besser geeignet als Bondora Go & Grow. Hier laufen täglich Zinsen ein und er kann den Effekt sofort sehen. Das könnte man unter anderem auch dafür nutzen, um das Taschengeld gegenzufinanzieren. Die genaue Aufteilung zwischen den einzelnen Investments meines Sohnes habe ich euch auch nochmal auf den Blog als Bild gepackt. Und die Performance dieses Portfolios hat alle meine Erwartungen geschlagen, was mich ziemlich entspannt in die Zukunft für ihn schauen lässt, wie auch das Performance-Diagramm auf dem Blog zeigt. Ich habe bisher nur ein Fünftel des Portfolio-Volumens eingezahlt und er hat noch eine Ansparzeit von mindestens sechs weiteren Jahren. Anfangs hat sich das Portfolio nicht sonderlich gut entwickelt. Mit der Zeit und den gezielten Zukäufen hat sich das jedoch geändert. Im Schnitt hat das Portfolio somit eine Rendite von ca. 16% pro Jahr erwirtschaftet, also weit über meinen angepeilten 7%. Und fast alle meine Investments in dieser Zeit sind gut gegangen. Nur mit Biontech hatte ich mich verschätzt und hatte auf eine länger andauernde Covid-19-Pandemie und damit eine schnellere Entwicklung des Unternehmens gesetzt. Jedoch will das Unternehmen in den nächsten Jahren noch einen Krebsimpfstoff auf den Markt bringen. Wenn das Thema durchgreift, dann könnte das immer noch was werden. Würde ich heute nochmals mit dem Portfolio starten, würde ich natürlich direkt bei Geburt anfangen zu sparen. Das war mein Fehler, den ich zum Glück wieder wettmachen konnte. Ansonsten würde ich den Arero heute nicht mehr nutzen. Er ist mir zu konservativ eingestellt und wäre eher eine Lösung für die Endsparphase, wo man vielleicht nicht mehr jede Krise mit einem 50% Drawdown mitmachen möchte. Ansonsten ist seine Rendite mit knapp 50% bis heute natürlich auch nicht gerade schlecht. Durch die Trennung von meiner Ex-Frau damals hat sich zudem meine komplette Verwandtschaft geändert, und dementsprechend konnte ich diese nur zum Teil mit einbeziehen. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was ihr kennt. Rückblickend würde ich hier ein bisschen hartnäckiger sein. Aber tatsächlich sollte ich diese Chance nochmal bekommen. Denn Ende März wurde meine Tochter Ivy geboren. Dieses Mal werde ich es von Anfang an deutlich entspannter machen und habe bereits einen Monat vor ihrer Geburt einen super langweiligen Sparplan gestartet, der aus meinem bisherigen Fazit von dem Depot meines Sohnes entstanden ist. Und dabei soll es die nächsten Jahre vorerst bleiben. Und eine Trennung, die ist derzeit, sage ich jetzt erstmal, auch nicht mehr in Sicht. Aber auch hier, ihr wisst ja selbst, wie schnell sich sowas ändern kann. Und für meine Tochter habe ich mich für den Amundi Prime Global entschieden. Das ist ein ETF, der ca. 1500 Aktien der entwickelten Länder abdeckt. Schaue ich auf die letzten Jahre, dann hat es im Grunde nichts anderes gebraucht und ich sehe das auch zukünftig nicht, sollte die Welt jetzt nicht komplett aus den Fugen geraten. Der Amundi, der ist extrem günstig und läuft besser als der standardmäßige Fuzi All World, der ebenfalls Teil meiner Überlegung war. Es kann sein, dass ich auch bei meiner Tochter in 5 bis 6 Jahren individuellere Titel dazunehmen werde, wenn ich sie selbst mit einbeziehen kann. Auch Bitcoin und Ethereum, die werden ein Thema werden, denn es wäre sträflich, diese nicht mit einzubeziehen. Bis dahin jedoch ist erstmal wenig zu tun, außer so viel Geld einzutreiben, wie nur möglich ist und die solide Basis aufzubauen. Über die Performance lässt sich logischerweise noch wenig sagen, denn der Sparplan, der läuft exakt einen Monat. Auf Basis der Daten, seitdem der Fonds besteht, kann man jedoch eine Rendite von rund 10% pro Jahr erwarten, was auf jeden Fall schon mal deutlich besser ist, als das, was beispielsweise der Arero für meinen Sohn geliefert hat. Also ihr seht, am Ende ist die Geldanlage für Kinder im Grunde kein Hexenwerk. Wichtig ist sein früher Start und wirklich das konsequente Geldanlegen. Ihr könnt viel mit dem Portfolio experimentieren. Denkt jedoch daran, eine solide Basis aufzubauen, die Bestand hat und von dort könnt ihr dann immer noch schauen. Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, dann könnt ihr auch bei einem All-in-One-Produkt, wie dem Arero oder dem Amundi bleiben. Im Grunde muss man hier nichts mehr machen und kann sie sicherlich bis 18 bzw. 25 durchlaufen lassen. Kinder, die heute zur Welt kommen, die werden in 20 Jahren ein durchaus kapitalintensives Leben haben und dafür solltet ihr auf jeden Fall vorsorgen. Und das könnt ihr im Grunde schon mit kleinen Schritten und einem cleveren Finanzmanagement. Nutzt diese Chance auf jeden Fall und ermöglicht euren Kindern eine Zukunft, wie sie es verdient haben. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie du dein Geld für deinen Nachwuchs anlegst. Solltest du welchen haben, schreib das unbedingt jetzt in die Kommentare. Und am Ende gibt es als kleinen Content-Tipp noch unseren Talk bei den Schatzmeistern. Da haben wir auch über die Geldanlage unserer Kinder gesprochen und demnächst erscheint dazu auch nochmal eine zweite und letzte Folge.